. . . . . . . . Achtung! . . Ich weiß nicht, dass sie nicht entstanden sind. Agent Blaskowicz, ich bin Erik Engel. Ich arbeite mit dem Kreisauer Kreis zusammen. Hören Sie zu, wir haben nicht viel Zeit. Die Wölfe durchstreifen den Bahnhof. Irgendwie haben Sie von Ihnen erfahren. Aber wir können hier noch nicht weg. Offensichtlich bietet sich hier eine günstige Gelegenheit. Ein Sondereinsatzzug mit experimentellen Waffen steht am Bahnsteig 1. Ich habe gehört, dass Sie für ein bisschen Ablenkung zu gebrauchen sind. Also, knacken Sie sich ein paar Waffen von dem Tisch und dann los. Ach ja, sobald Sie in der Stadt sind, können Sie mehr Munition und Upgrades auf dem Schwarzmarkt bekommen. Gut, und jetzt los. Der Sondereinsatzzug wartet nicht auf uns. Da kommt eine Kontrolle. Die Fracht des Sondereinsatzzuges muss um jeden Preis beschützt werden. Ich will, dass die besten Sicherheitskräfte eingesetzt werden und die Wachen an allen Kontrollpunkten verdoppelt werden. Außerdem sind zusätzliche schwere Waffenstellungen zu errichten. Erlauben Sie sich keine Fehler. Wenn die Ausrüstung auf dem Zug beschädigt wird, ist das nicht nur das Ende Ihrer Karriere. Man darf sich nicht ziehen. Leise! Es ist zu dunkel! Ich kann nicht ziehen! Sie sind hierher und hier knapp zum Kopf! Jetzt müssen wir! Wir brauchen unsere Grünschimmer! Wir sind zu viel, um sie zu erschießen! Meißen Sie eine Granate! Wir brauchen unsere Grünschimmer! Es ist ein Witz, es ist ein Witz, es ist ein Witz! In Deckung! Worauf warten Sie, BJ? Wir müssen einen Zug in die Luft jagen! Mal sehen, wie gut Sie Sachen kaputt machen können, BJ! Zerstören Sie diese versperrte Tür! In Deckung! Das geht gleich in die Luft! Der Marschalein 1 kamen an dem Instruktion! Drei Jochen Liederschein, wir müssen den Marschalein einigen! Drei Jochen Liederschein, wir müssen den Marschalein einigen und schlagen kollegieren! Drei Jochen Liederschein, wir müssen das Gefühl bringen, wenn die herausfordernd ist! Durch die Nachfrage! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.